Er ist zu schwer. Wir müssen gehen. Komm schon. Wir gehen durch den Mond. Dort sind wir geschützt. Gehen wir. Baba? Kinder. Du musst aufstehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht mitgehen. Was tun wir? Überleben. Um jeden Preis. Gebt niemals auf. Kommt raus. Der Stab erzählt, doch hat er. Auf geht's. Ich komme nicht ans Schloss. Komm, ich hebe dich hoch. Jo, lass mal die Maske aufsetzen. Das wäre ganz netter. Und ja. Erklappt. Versuch es aufzuhebeln. Kommt raus. Wollt ja sonst was da. Erklappt. Erklappt. Ich bin, aber ich bin, ich bin zu mir. Ich bringe die Hörer, ich stehe. Ich hab ganzes Potrug. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich glaube nicht, dass ich das nicht so gut hab. Ich hab zwei, ich hab das. Ich hab das. Wer ist das, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wir müssen weiter. Das ist nicht klar, sie töten einfach alles. Auf uns sind Soldaten, mehr plötzlich bei mir, ja? Wir gehen zu dem blauen Arzt, auf der anderen Straßenseite. Wir sind in Ordnung, wir sind in Ordnung. Wir sind in Ordnung, wir sind in Ordnung. Sie sagen, die Arzt sind nicht mehr. Die Arzt sind nicht mehr. Sie haben das Auto. Tja! Hier geht's Wiktor. Prochesat wirst nasicht! Etwas aber nicht! Nichts! Jungen, Dere und Abwechslung! Tue mit dem Auto! Ich bin dein Auto! Koffein, ich sage dir in den Kampferen! Das ist dein Auto! Ich bin dein Auto! Ich bin dein Auto! Du bist der Fall! Du bist der Fall! Ich bin dein Auto! Das ist ein Auto! Geht das? Ich bin der Fall! So. Hast du verletzt? Genau das. Ja ja, komm. Okay, die Luft ist bereit. Nein! Nein! Bitte! Oh mein Gott! Zwei Tage wurden unsere Leute Terroristen. Wir müssen durch die Scheune. Die dürfen uns nicht gehen, okay? Los! Darüber! An die Scheune! Und keine falsche Bewegung, klar? Ja. Du auch! An die Scheune! Tätig! Hau sie auf! Hau sie auf! Nein! Wenn wir laufen, kriegen die uns. Wir brauchen den Truck. Die Soldaten werden dich husten hören. Ich werde gehen. Such eine Waffe. Wenn es eng wird, lenk sie mit dem Telefon ab. Hast gut auf. Werde ich. Was? Hey, schau mal! Ich hab einen Revolver gefunden! Nein! Kerl! Kerl! Er hat nicht vor der Nacht gekrüftet. Schau hier! Digga! Ist brandneu! Er hat wohl seinen Schuss. Er hat wohl seinen Schuss. Das wurde schon gut. Ich soll! Hier! Na! Ich brauche die Waffe! Das interessiert mich an den Schuss. Hast du das gehört? Was war das? Was meinst du? Keine Ahnung! Ein Tier! Ah, sicher! Kein Tier! Da ist die Waffe! Ach, helllichten Taten! Komm und nachts! Jeder hätte sich vom Gas benebelt! Vielleicht bist du vom Gas benebelt! Wenn du glaubst, dass du dich bist! Das war eine Grille! Es kommt von da drüben! Los jetzt! Ja, der andere weg, oder? Wahrscheinlich nicht! Gehe sie! Luka, hier! Licht! Lauf weg! Mist stückt! Au! Was zur Hölle? ja ja ich hab ihn abgetroffen nein bestimmt nicht was zu können ich weiß dass du da draußen bist was zu Hölle Andrei nein hey au kam doch so sonst gibts nicht ach gut her verschwinden wir ich fahre 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 nein Finger weg Fahre ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet perfekt so langsam wachen wir wieder auf ist schon mal gut langsam wachen wir wieder auf Alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Weg, Pfarrer! Nein, Hadir! Hadir! Lass es! Stopp, Pfarrer! Stopp! Wir gehören, wir holen sich! Es war Hadir. Hadir ist der Dieb. Es tut mir leid, Käpt'n, ich wusste es nicht. Das konntest du auch nicht. Schon gut, Pfarrer. Wir kriegen ihn. Unsere Ärsche müssen sofort hier raus. Und wie schon gesagt, tut mir leid für das Ruckeln. Viel Spaß bei den anderen. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Hadir kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Wir dachten, es wäre Akatala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Pfarrer. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Pfarrer im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Okay, Lagerbesprechung. Bildaufnahmen bestätigen. Dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Katalas Brutat den Vollstrecker Kontakt aufnahm. Dem schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Akkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Pfarrer bleiben als Verstärkung in der Luft, während Bravo-6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Wolf tötet. Im Einsatzgebiet. Licht auf. Holen wir uns den Bastard. Kommandeur an 3-1, Orbit halten. Befertigt Kommando, in Befragschaft. Lifter 1, Zielsichtkontakt. 15 Sekunden. Roger 1. Auf Nachsicht, es geht los. Jo. Sinne 1, überwachen. Bestätigt. Sinne überwachen. Aktivität. Hände, Hände, zeigt mir eure Hände. Alles sicher. 2, 4 und 2, 6. Halten die Stellung. Okay, auf geht's. Ladung platziert. Gut gemacht. Wir gehen durch die Tür. Tut mir leid, Kumpel. So. Auf geht's. Linke Tür gehört dir, Sergeant. 3, unbekannt. 3 bestätigt. Roh, homie rollt. Zeig dir, was ist gut gemacht. Jetzt nach hinten. Auf geht's. 6 Treiber hinter der Tür. Erdgeschoss gesichert. Stelle den Strom an. Erster Stock. Mir nach. Hier, Stock. Dann wieder. Ja, Sir. Vorgehen. Hoch zum ersten Stock. Vorsichtig, Jungs. Bewegung. Linke Tür. Mach dir wohl zu hoch. Nicht nachsehen. Auf geht's. Auf geht's. Boah, ist alles nicht in Ordnung Auf gehts In der Schuss Hier ist frei Raus aus den Federn Alle Bravos, sammeln im Erdgeschoss Laufwerke und Disks in die Taschen, Papierkram in die Kisten Wir geben nicht auf, oder? Negativ, Sie wollen reden Mama, Bini, Mama! Mach dir zu Woll ich, hey, lass ihn gehen Woll ich, hey, lass ihn gehen Woll ich, woll ich in der Becher Wir sind in L-Deep Triffetlade Tachtelade Schukram Pass auf Sie auf Teehaus, mir nach An alle Stationen, Bravo besiegt Sie zum Teehaus für Überprüfung Torne, mach auf Kai Sehr gerne, Preuß Ja, wenn ich mal da hinkommen würde Hallo Luka auf Kai Jaha, ich bin ja schon dabei Hier haben wir wohl ein Erdhörtchen Alle Stationen, Keller in Gebäude 2, gehen rein Ok, durch die Luke Ich geh fort Gute Jagd Wir folgen dir Wir sind auf uns gestellt Wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Halt, 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 Halt! Behalte die Granate. Langsam. Sie verstecken sich über Stimmen. Willst du das? Nein, aber sie wissen, dass wir hier sind. Noch ein Stolperdraht. Vorsicht! Geh, Alex. Ich geb dir Deckung. Ja, wo ist die Granate? Wird gefasst. Dann machen wir's doch ganz einfach. Geh unten durch. Ich geb dir Deckung. Okay. Mischung. So hoch! Gefahr dich. Sicher. Gehen wir weiter. Bestätigt. Ich kann ihn wiederholen. Kann nicht. Bestätigt wird, bis Germain, mit Machtbohlen beildet. Ich sehe einen. Denk die Wische. Geh nach links. Augen auf das Dach. Und auch Schrotflint. Warum muss da jetzt wirklich ein Visier dran? Bei mir ist mein Weg. Linke Seite sicher. Linke Seite sicher. Genreicht. Rechts gesichert. Wir sind sicher. Ich krieg hier Benzin. Bist du verletzt? Alles okay. Wir müssen daran vor... Wir müssen daran vor...